grüß gott moin moin und winke 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 zu bina drüber zu part 36 von de forest wir können auch springen wie hallo wieder im schnarrassen land in einem schönen dörfchen und ich hätte nie gedacht dass es mal passieren wird aber ich kann keine medizin mehr nehmen weil ich so viel habe das ist alles gespawnt oder aber vorhin waren da gegner ich hoffe die sind jetzt weg wir wollten ja im endeffekt jetzt mal in diese höhle gehen wo ich jetzt natürlich in diesen kisten sind getränke drin ja ist alles gespawnt ich kann aber keine getränke mehr nehmen ich bin auch nicht muss auch was essen da war dynamit da hinten ist das kann ich auch nicht mehr nehmen ach gott wir sind voll überladen naja aber dann schauen wir mal in die höhle genau wo war die nummer ein strumpfinger dahinten zu den tennisspielern aber stoff nehme ich mal mit warte mal hängt da oben eine karte wo hängt eine karte das hat so ausgeschaut dass da eine karte in der hand gehabt habe ich das ding kaputt gemacht aber jetzt was weg aus als hätte eine karte nach also oben so eine karte eine karte ist gut aber das sind doch 100 pro vielleicht war das hier mal voll das ferien resort oder sowas weißt du für die super reichen kann sein die knochen kann man nicht nehmen doch toll ich bin bereit ich wollte gerne wissen lesen was er liebt aber kann man lange nicht so das ganze gedärme draußen ja ich wollte gerne wissen lesen was er liebt aber kann man leider nicht jeder hängt auch einer kommen wir mal dahin ich habe eine karte das nichts drauf m m ist es ne map naja wie geil aber ich habe einen kompass gesammelt hast du auch einen kompass alter was ist für eine höhle jetzt was für ein zettel mal hier gott panisch weg war halt auf der children children wir suchen ja ein children gehen wir mal kurz dahinter da war noch was hier koffer koffer und alkohol was sind das eine sprühdose ich habe eine sprühdose ich weiß gar nicht für was wir eine sprühdose brauchen aber ich habe eine sprühdose jetzt strom ach so weißt du was wir noch mal bauen könnten ja wie war das nochmal ein alkohol ein alkohol und stoff weil falls wir wieder jemanden sehen ich habe haarspray gefunden das kann ich mit einem feuerzeug verwenden da kannst du ja vorstellen was da passiert ja geil da ist action jetzt leute es kettensäge also mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem treibstoff können wir eine kettensäge wir haben das keine betreiben oder warte mal auffüllen wieder warte mal ich mache noch ein molotow cocktail und dann kann ich noch mal den alkohol mitnehmen was geht's leute ist voll das schlafen land hier ja hier hängen noch so fingerli ja da geht es noch weiter runter das bestimmt wieder da ist bestimmt wieder was hier konnte man nicht speichern vielleicht ist unten was zum speichern wo ist ja eng so da und königreich für so eine taschenlampe ja warte mal ich will mal kurz die map ja da macht ein bisschen der deckt auf tatsächlich wir bewegen uns und die deckt langsam auf das ist wahrscheinlich da unten wo der rote wir müssen noch mal quer die map ablaufen ja ja du kannst du immer gelaufen ja gern des müllers ist das wanders lust ach keine ahnung ich bin ja nicht das müller das müllern ist das wanders lust genau was wünscht sich ein wanderer er möchte müller werden du bist ja unser singender singender strumpf ich brauch die texte nicht kennen guck mal jetzt geht's hier und hier und hier geht's auch noch rein da vorne leuchtet was da oben auch lassen wir hoch oder diese mehrere wege oh mein gott aber das muss licht da flackert aber auch dahinten guck hier ist wieder so eine tür aber die lassen erst mal noch machen erst mal alles andere und da ist bestimmt wieder eine mutti oder so fledermäuse heute sind sie gar nicht hochgeschreckt köpfe 1 aber ich stehe jetzt unten sammeln köpfe 1 ja das ist von dem totem dass wir noch bauen müssen alles was sind das ach und hier ist nur ein flugzeugstuhl ich hasse es immer wenn das so verwinkelt ist und man nicht war ich höre doch schon wieder ich höre doch schon wieder guck mal hier ist in sachen strumpf stoff brauchen wir für alles brauchst du ein paar arme ich habe zwei mit denen komme ich relativ gut klar guck mal da hinten liegt ein helm oder ist da eine taschenlampe drauf und wir nutzen nein nein nutzen auch mann spiel verarscht da geht es auch durch durch so einen spalt aber da geht es vielleicht dann wieder raus oder es sind so viele möglichkeiten ich hasse es wenn es so riesig ist was ich schlimmste finde es ist mir zu ruhig davon leuchtet wieder was was mich noch meisten erger wir haben so viele sachen wir konnten nicht speichern da schon wieder so ein helm und tisch so wir haben ein spielzeug wiedergefunden was ich wollte mal was habe ich denn jetzt gemacht ich will so ein hell muss man schon wieder durchziehen ich würde verdammt gerne mal speichern da hinten ist was oh gott das ist ja was ist das aber sind normaler kannibale glaube ich habe ich noch ein knick licht wie waren das noch mal so die hand nehmen dann rechte maustaste glaube ich erst mal bereit das hat er super funktioniert lass uns doch einfach mal am rand erstmal dann gehen vielleicht geht es hier irgendwo gehen wir da mal hoch hier ich verdammt gerne eine koffer mit spraydosen was denn kassette eine vierte kassette habe ich hier gefunden zu dunkel ach warte mal ich könnte mal mein feuerzeug anmachen ich hält das geht aber nicht weiter noch weiter 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 jetzt da geht es so runter da nicht runter ich gehe noch mal eine tolle fackel die ich irgendwo hingeschmissen habe wieder nicht funktioniert hat auch schön hier aber da kann man brauchen da gehen als manchen glaube ich weiß nicht ob weiter hoch oder hier das klingt aber komisch guck mal da ist was oder im wasser hier ja lauter kisten wo kann man nichts machen kann man nichts machen mit also schwimmen ist nicht nicht so lustig bei dem spiel hier kommen wir glaube ich nicht weiter nach vielleicht dass man der mitte irgendwo noch unter brauchen kann aber ohne sauerstoffgerät und ohne ja nie das macht man nicht also ich habe da ganz schlechte erinnerungen noch so an eine folge dies niemals gab aber ja eben deswegen weiß ich noch nicht mehr ich weiß nicht was du meinst da hinten hier wieder zurück da waren ja noch 5000 andere abzweigungen guck mal hier ist wieder so ein hochdings dingster boomster hochklettern ja ja wir haben auch gesagt die höhle ist schon interessant aber ich würde so gerne mit der karte speichern die ganze zeit angst dass wir jetzt dann sterben und dann wieder rein müssen wenn wir schauen ob wir rauskommen aus dem und wir können es ja merken ruhiger ja die höhle ein kannibale das war's bis jetzt hier ist wieder so ein wieder was gefunden eine zeichnung das flugzeug damit jetzt auch was ich gerade frage was ich mich jetzt gerade frage es stand doch mal drin bei den sachen die wir machen müssen die wasserfall höhle jetzt war ja in dieser höhle kann man das wasserfall nennen wasser gehört jetzt vielleicht in dieser höhle weil das ja echt viel drin ich weiß nicht ich würde sagen wir gehen zwar weiter strumpfi und ja wir können ja ja wahrscheinlich dass sie auch noch nicht mal gesehen habe schau ich noch mal ob es jetzt da liegt was das bild ja nee ich ja ich konnte es nicht aufheben da oben war ich hatte das wo auf dem stein drauf ungefähr ja nee sie ist dann nicht vielleicht hat das automatisch aufgehoben und ins notizbuch gepackt wir schauen später mal wir können ja immer wieder hierher kommen jetzt war meine karte ja ja und wir haben ja da so ein häuschen gebaut außer dass ich noch gar nicht kommt aus mit dem paar weiß ich nicht jetzt vielleicht der kompass einfach dafür da um das aufzuzeichnen auf der karte achtung da ist wieder der ab das loch ja das außer wir müssen da da kam er ja her vom loch das ist so viel zu groß richtig riesig das ding du uns doch immer alles auf damit es wieder runter schmeißen kannst ja kann ja sein dass das ist vielleicht doch aufgesammelt was ich bin ein kleiner mutter und macht nimm doch das gut aus dem hut alles sind oder das war das was irgendwas gehört fledermaus war da ne außerhalb außerhalb der fledermaus ich bin jetzt hörst du das nö ich hör nichts alles falsch hier oder das ist auch schon wieder so wasserfall weißt du das ich denke mal die ganze zeit ist das die wasserfallhöhle was sind wir strumpf hier raus wie durch sowas durch ja doch ja ja wir sind richtig wir sind gleich wieder oben und dann können wir noch mal hier irgendwann zurückkommen und wir haben ja da betten hinter diesen zugemauerten sind ist wieder so eine mutter oder so hat die wahrscheinlich aber vielleicht können wir die wieder so richtig professionell bis jetzt mal von oben abschießen das war mutter da hinten sind wir richtig ja ja das sind die hier einer mussten hier kommen wir nehmen hier nach vielleicht in der rocke gehen dann ja rocke gehe ich gehe nach hocke dann schleicht man ich bin schon am seil oben das ist schön für dich aber vielleicht sind sie auch außen weißt du vor der tür jetzt auch nacht ja da rennen irgendwelche rum wackelhäuser mir ist kalt was war das ich habe irgendwie schaden bekommen ich auch ich habe auch hunger und wir schleichen uns hier an der seite lang gehen wir versuchen richtung unser fähnchen ja so da ja ich bin hinter dir hoch ist etwas da hier gegen so ein baum vorne laufen viele du laufst genau in die richtung wo viele laufen sind alle nach links gelaufen vier fünf stück minimum aber jetzt hast du gehört oder da unten wasser hoffe ich nicht da vorne ist das eis also ich will einfach nur speichern das kannst du nicht sein spiel warte mal m sind wir denn das ist aber sehr minimalistisch frei siehste fast nischt ne oh was war jetzt das ist die kälte bei mir ah kälteschaben guck mal da oben ist aber vielleicht ja irgendein haus haben wir da mal was hingestellt weiß es nicht dann können wir da mal speichern oder problem ist dass da jetzt gerade vier fünf vorher vorbeigelaufen sind vielleicht sind sie ja schon wieder weg auf jeden fall ist es ein wintergebirge the winter wonderland du hast wohl unheimlich halt die ganze zeit die luft an ja bloß kein mucks machen ich weiß nicht ob man die ersten kann die pilze lieber nicht wir wollen ja kein risiko eingeben bist du da strumpf wenn es nur lang da richtung der hütte da ist auch kann man speichern ich weiß es und schlafen ich schlafe erst mal und dann gleich speichern manchmal ist es ganz gut nein wieso ist denn das ding jetzt weg manchmal ist es ganz gut ich habe nicht gespeichert gut dass ich gespeichert habe das nimmer nichts nützt zurück warte wir bauen da was hin hier wieder wieso ist das kaputt kann man dann zwei mal drin pennen oder warte keine ahnung so ein speicher ist doch nicht dein ernst weil da ist eine höhle das haben wir bestimmt markiert weil ich weiß nicht ob wir in der höhle schon mal waren und da hinten siehst du es nämlich auch ist auch ein dörfchen stimmt sieht man da jetzt irgendwie auf der map so ein gequicke hier ja stimmt die 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 map zeigt jetzt höhlen an in dem fall nach unten sehr geil oh gott ach du das ist ein baby ja ich sehe ich schon mach das hingeschlagen oh alter Mensch du genau vor mir da ist dann auch irgendwo eine mutti also nach hause nach hause nach hause grad gedacht was ist denn das für ein komisches quietschen ey warte mal ich muss kurz was essen so findest du es der richtige zeitpunkt jetzt über essen anzuwerfen ja sonst verhungere ich okay es ist doch nicht der direkte weg ach ja hier waren wir doch schon mal ich wünsche unten im krater also wir müssen auf jeden fall türen machen jetzt dann um die karte aufzudecken und höhlen werden ja markiert ich weiß aber halt nicht ob man die karte dann auch wenn man eine höhe fertig hat weil die eine höhe hatten wir schon komplett jetzt beim letzten mal weiß ich nicht ob wir die komplett hatten abgehakt hat es irgendwie nicht auf unserer to-do-liste ja Home, sweet home. Ja, so schaut's aus. Boah, ich hab schon wieder Hunger hier. Gut, dass wir eine Rehe erlegt haben, ist mir nur gleich hinhängt. Hm. Vielleicht ist ja noch oben ein Hasi. Stimmt, in der Falle, stimmt. Vielleicht brauche ich das Fell auch noch. Das Fell. Ich wollte ja noch einen Köcher machen. Du hast ja schon einen. Ich hab einen Köcher. Und ein neuer Köcher ist wie ein neues Leben. Mein Struff ist egal, was für ein Schlagwort. Guck mal, home, sweet home. Das war sein letztes, das ist aber das alte Home. Ja, aber da können wir gleich mal die fallen wieder hier. Liegen da welche? Wir brauchen noch Knochen. Nee, das ist... Ich wollte noch einen Rehe. Wenn man das nicht hört, war das jetzt gerade sehr interessant. Oh, jetzt hab ich dich getroffen. Oh, du hast es. Kein Problem. So, siehst du. Fleisch. Das, dass ich das mal von dir höre. Einen blöden Topf weiß. Ich kann mich noch mal in die Diskussion erinnern. Also Kopf. Ich verstanden. Topf. Hase. Oh, Mist. Kopf, Kopf, Kopf. Da machst du was mit mit dem Strumpf. Boah, ich hab so Hunger. Wenn ich noch so ein Riegel essen ohne Schwann, das gibt's ja nicht. Wir sind da, home. Mit einer Web in der Hand. Mensch, hat sich doch gelohnt. Ja, das ist halt nicht cool. Hätte ich auch nicht gedacht. Kein Haas, die Popas, die. Okay, in der Falle ist auch keiner. In der Falle. Ich hoffe, unseren Toten brauchen wir hier noch ein... Schädel. Schädel. Schädel war Biedel. Ach, ist der Schee, wieder da haben zu sein. Ich hab dich vermisst. Home, sweet home. Sweet home, Alabama. Oh Gott. Ich glaub, sie haben im Strumpf nicht bekommen, der Ausflug. Hab ich nix? Nee, ich hab nix, aber... So, ich hab jetzt gelernt, i gedrückt halten. Huch Gott, Strumpf ist ja ein bisschen nah gekommen. Entschuldigung, dass ich auch Durst habe. Ach, wunderbar. So, habi, habi. Kann ich mir jetzt? Ich hab ja nur ein Hasenfell. Wegen dem Pika auch. Ja. Ach so, warte mal. Ich wollte gucken. Also wir haben ja... Was haben wir denn jetzt noch? Aber das war nur ne normale Kassette, ne? Vier. Das ist wieder... Ah ja, stimmt. Das ist wieder ne... Kassette vier, genau. Wolf on Fire. The Haunting. Da kann man kurz reinhören, komm. Ich hab so voll die 80er Jahre Flashbacks hier. Da, da, da. So, wunderbar. Ne, war interessant. Mal wieder aus, danke. Super. Ähm, ja. Ach nee. Ich wollte gucken, haben wir jetzt auch die Zeichnungen da eigentlich hinten? Haben wir irgendwie neue Notizen? Nö. Haben wir irgendwas geschafft? Haben wir was? Na, bei den Notizen haben wir jetzt noch nicht so viel. Ne? Die Notizen sind noch sehr übersichtlich. Was steht denn bei der To-Do-Liste? Die To-Do-Liste ist auch sehr... ...unübersichtlich, nicht abgehakt. Ich hab fünf Tage überlebt. Ja, baue dein Lager, finde und koche Essen, baue Verteidigungsanlagen. Super. Finde einen Weg in den Kessel, finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Hängende Höhle, erkunde Höhle der Anwälte. Ja. Das ist halt echt... Das ist aber sehr... Also, wenn ich die Karte anschaue, das ist halt echt sehr minimalistisch, ne? Gezeichnet. Echt schwierig, ja. Naja, schauen wir mal, was wir so freischalten das nächste Mal. Vielleicht, wenn man es aber wirklich richtig schön abläuft. Es wird. Genau, richtig. So, also nochmal speichern, ne? Jetzt gehen wir aus dem Weg hier. Also, der strumpft. Unglaublich, ich war hier. Wichtiger Charmeur. Wichtiger Schendelman hier. Pendelman! So, dann war's das jetzt mit Part 36, ne? Richtig. Ja, müsste es sein. Wahnsinn, alles schön gut hinbekommen. Also, ne? Wieder eine Höhle besucht. Also, die haben wir definitiv noch nicht durch, weil es war ja diese Holzwand, da müssen wir noch durch, definitiv. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, jetzt, wo wir halt die Karte haben, stimmt schon sehr minimalistisch. Also, es wird nicht so, aber trotzdem vielleicht mal wirklich einfach ablaufen. Dass die Karte mehr und mehr abgedeckt. Ähm, vielleicht mal zum Flugzeug laufen. Ob man da auch da irgendwas sieht, weißt du, was ich meine? Also, einfach mal die Karte ein bisschen aufdecken. Ja, wir finden ja wahrscheinlich wieder irgendwas, was wir dann noch nicht entdeckt haben, ne? Genau. Aber jetzt sind wir ja voll gut, ne? Jetzt sind wir ja voll in der Story, also... Ja, volle Kanne. Also, ich weiß auch mit 100 Prozent, um was es geht überhaupt. Ja. Also, es erklärt sich eigentlich für selbst, deswegen müssen wir es jetzt nicht erzählen, weil ich glaube, das weiß jeder, der zuschaut. Ähm, ist ja erklärend und dementsprechend, ähm, weil es euch ja nicht genauso gefällt und so. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei Part 37 wieder, ne? Genau, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und, äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.